TikTok hat monatlich in Deutschland etwas über 3,5 Millionen aktive Nutzer. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, habe ich schon einige Shorts gemacht, in denen ich Experimente nachgemacht habe, um zu schauen, stimmt das, was die da gerade sagen oder stimmt das nicht, was die da gerade sagen. Wir werden heute zum Beispiel Gelatine-Cola machen, wir werden eine Dose komplett auflösen und wir werden Seifenblasen einfrieren und noch vieles mehr. Und wir starten damit, dass wir eine Dose auflösen. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Also der schmörgelt so eine Dose ab, dann packt der Granulat in Wasser, dann nimmt er die Dose und packt die in das Granulat rein und dann nach einiger Zeit soll angeblich sich die Dose so aufgelöst haben, dass da nur noch so eine Plastikfolie zwischen ist. Ich kann es irgendwie nicht so ganz glauben, aber wir probieren es aus. Ich habe das hier mal vorbereitet, ich habe leider keinen anderen als den hier, der ist ein bisschen dreckig, aber ist egal. Aber ich habe mir Handschuhe besorgt. Dann machen wir jetzt mal die Dose auf und trinken ein bisschen davon ab. Ach nee, warte, warte, jetzt muss ich das hier ab, das muss ich ja erstmal abschmörgeln. Und ich überlege gerade, ob wir das nicht in eine Box tun sollen, warte mal. Ich schmörgel mir das erstmal ab, ich mache das nicht komplett, sondern so ein bisschen. Boah, das macht wirklich gar keinen Bock. Ich überlege gerade nicht, dass bei diesem Abschmörgeln irgendwelche Gase einrauche, deswegen Maske dazu tragen. So, jetzt habe ich fertig gemacht, so sollte es auf jeden Fall reichen und wir tun das jetzt mal in die Flüssigkeit rein. Guck mal, ich habe hier so einen Schaschlikspieß und der passt da, der passt da durch alles. Und das muss jetzt hier rein. Jetzt kommt eigentlich noch das Granulat dazu. So, ein bisschen da rein. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Oh, nicht so viel, Digga. Oha, man sieht schon eine ganz leichte Reaktion. Kann man das sehen? Ja, man kann das sehen. Hier an der Dose sammeln sich schon so ganz kleine Luftbläschen und die steigen alle nach oben, das ist nicht normal. Als nächstes würde ich sagen, machen wir dann weiter hier mit der Cola, die wir jetzt zur Gelatine machen werden. So, wir gucken uns das jetzt mal an, wie die das im Video machen. Okay, der kocht das so ein bisschen auf. Okay, dann muss ich dafür in die Küche gehen. Dann bis gleich. Dafür habe ich mir einen Kochtopf besorgt. Cola, insgesamt sechs Packungen Gelatine. Und ich packe jetzt mal die Cola in den Kochtopf. Also müssen wir so ein bisschen aufkochen. Jetzt packen wir hier die Gelatine rein. Eine Packung. Drei, drei. Oh, fuck. Drei Packungen. Also hier drei reichen aus. Ach, kommen drei reichen aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir müssen das jetzt erst einmal verrühren. Ach, komm, ich glaube eine Packung passt noch rein. Jetzt habe ich das Ganze hier auf den Herd gestellt, auf eine relativ niedrige Stufe. So, nachdem das jetzt einmal so komplett erhitzt wurde, ich das nochmal durch. So ein Sieb, schau, es geht gut, ja. So, jetzt füge ich das wieder in die Flasche zurück. Ich habe ein bisschen Cola verloren, aber es geht auf den Funker. Die kommen jetzt erstmal hier rein. Okay, auf die Cola müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Ich habe aber jetzt noch was richtig Cooles. Und zwar sieht man einfach an diesem Video hier, dass jemand im Tesla einfach ein Rennspiel spielt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das klappt. Ob das wirklich stimmt, gucken wir jetzt. Dafür haben wir uns extra einen Tesla gemietet für einen Tag. Ist ein geiles Auto. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir da einfach mit dem Lenkrad zusammen spielen können. Und zwar haben wir hier, wenn du mal hier guckst, verschiedene Games tatsächlich. Und wenn man hier ein bisschen scrollt, kommt genau das Game, was man da gesehen hat im Video. Let's, Junge. Beach Buggy Racing 2 Tesla. Ah, Einspieler. Let's go. Aber wieso habe ich keinen Ton? Gibt es hier keinen Ton? Junge, das ist voll der Abklatsch von Mario Kart. Oder sogar mit so Items und so. Alter, ich bin übertrieben. Alter, wenn ich so Auto fahre wie ich da... Ich bin jetzt aber auch aufgeregt, das zählt nicht. Erster Platz und wir haben den Rekord im Auto gebrochen mit 2,16. Damit waren wir übertrieben schlecht. Oh, Rekord im Auto. Ich dachte, das wäre der Rekord im Außen. Dann ist das der... Wir haben die anderen Spieler und du hast da in der Runde. Achso. Carst, du bist auf dem ersten Platz und schneller als alle anderen. Okay, geil, dass der Tesla geklappt hat. Das hier, was wir uns jetzt ansehen werden, ist aber ein bisschen komisch, weil der Typ sagt, dass man mit Desinfektionsmitteln ganz einfach Klopapier anzünden könnte. Ich glaube nicht. So, ein kurzes Update zu der Dose. Das hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert und die qualmt irgendwie manchmal, wenn man die da raus... Pass die mal an. Pass du die mal an. Geh mal bitte an. Aber die qualmt, ne? Hier, genau, jetzt qualmt sie. Jetzt qualmt sie. Ah, Dicker. Das ist heiß, Alter. Dafür nehme ich etwa Desinfektionsmittel. Hack das hier drauf. Oh, ich glaube, ich mache mal die Kamera ein bisschen näher. Dann gucken wir mal. Hö? Hä? Hä? Hey, Leute, ich musste gerade echt rausrennen, weil es gerade so schnell gebrannt hat. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil hier oben ein Feuermelder ist, dass der losgeht. Oh mein Gott. Krass, okay, hätte ich nicht gedacht. Ähm, war auch nur ein Prank. Also, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und zwar dadurch, dass Desinfektionsmittel ganz viel Alkohol enthält, kann man es einfach anzünden. Und wenn man da ganz wenig drauf tut, dann sieht man halt einfach die Flamme nicht. Und deswegen funktioniert das. Als nächstes machen wir das hier. Er stellt halt einfach mit Salz und Zucker Schnee her. Also, wenn das klappt, dann fresse ich ein bisschen. Ich sage es euch, wie es ist. Hier habe ich einmal Salz und habe ich hier einmal Zucker. Das packe ich hier rein. Dann verwirbeln wir das so ein bisschen, dass das halt reint wird, quasi. So, und jetzt nehmen wir Wasser. Und das so drüber. Oh, scheiße, ich glaube, das war ein bisschen viel Wasser. Aber, das sieht, hä? Das sieht halt wirklich aus wie Schnee. Ja, so ein bisschen zumindest, wenn man das hier mal vermixt ein bisschen. Also, das könnte halt wirklich, das könnte halt Schnee sein. Update vom nächsten Tag. So sieht das Ganze jetzt aus. Also, ich mache das jetzt mal ein bisschen sauber und dann gucken wir uns das an. Okay, let's go. Gerade während des Sauermanns ist die einfach so auseinandergefallen. Also, man hat hier wirklich noch so einen ganz dünnen Film. Aber bei dieser Dosis ist das auf jeden Fall nicht so, dass man wie so eine kleine Plastikfolie da rum hat. Also, kann natürlich sein, dass ich das noch mehr auflösen muss. Aber, wie war ich meine? So sah das dann aus. Experiment hat geklappt. Zumindest so halb irgendwie. Ah, und wir können jetzt natürlich auch mal die Kohle rausholen. Darauf freue ich mich schon besonders. Das ist das Ding und es ist auf jeden Fall irgendwas damit passiert. Ich habe mich jetzt mal mit einem Messer bewaffnet. Ich glaube, ich darf das überhaupt zeigen hier auf YouTube. Ich steche da jetzt mal rein und versuche das mal irgendwie aufzubekommen. Aber am besten mal auf den Teller, oder? Ich versuche es erst mal so. Das sieht auf jeden Fall schon richtig cool aus. Okay. Das ist einfach ein riesiges Cola-Gummibärchen. Ich werde es jetzt auf jeden Fall aufprobieren. Okay, guten Appetit, Leute. Das war es mit meinem ersten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt es mal gerne in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Und wenn du so ein Format feierst beim nächsten Mal, zeige ich euch, wie das hier geht. Deswegen folg rein, um nichts zu verpassen. Und bis dann. Bis dann.